Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Hühnerstall. Wir haben hier einen Hühnerstall, der ist circa knapp 1 Meter auf 1 Meter, sind es glaube ich 90 mal 90 in der Tiefe und in der Breite. Und durch die Legeboxen ist er in der Breite noch ein bisschen tiefer, etwa 1,60. Hier ist es so, dass hier locker 3 bis 4 Hühner in der Breite Platz haben in so einer Legebox. Meistens schlafen 3 hier drüben und eines hier. Später wäre gut natürlich, wenn sie auf das Gestänge gehen, da sie noch jung sind oder jung waren, haben sie sich jetzt so angewöhnt. In der Legebox zu schlafen, da hat man die Möglichkeit zu schauen, dass die hier auf die Stangen gehen, damit die Verschmutzung hauptsächlich in die Schale hier kommt und man diese dann gut und einfach säubern kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen und auch die Frage klären, wie viele Hühner hier Platz haben. Also ich habe jetzt 4 Hühner hier drin und ich wollte, dass die eigentlich gut Platz haben und deshalb empfehle ich hier nicht mehr wie 4 Hühner. Ich zeige euch ganz kurz noch das Außengehege und hier empfehle ich euch ca. 5 Quadratmeter pro Huhn, also hier etwa alles zusammen ein bisschen mehr wie 20 Quadratmeter. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, wenn ihr Fragen habt, würdet ihr gerne schreiben und sonst könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr immer wieder Neues über allerlei Sachen wissen möchtet.